Hallo Leute, hier ist der FunGamer. Etwas in eigener Sache. Ich habe ja angefangen vor einiger Zeit FunGamers Liga zu machen, wo ich mir ein Mittelklasse-Team nehme und da ein Ligajahr durchspiele. Angefangen hat es, dass ich zwei Spiele pro Aufnahme eben gemacht habe. Da habe ich jetzt heruntergestuft auf ein Spiel pro Folge, um das Ganze auch übersichtlicher zu haben, weil ich auch wissen wollte, auf wie viele Spiele ich es bringe, ist das für mich auch leichter zu handeln. Deswegen werden aber auch die alten Spiele von mir aufgeteilt in Einzelspiele nochmal hochgeladen und dann aber an dem Zeitpunkt, wo ich umgestellt habe, auf die Einzelspiele natürlich nahtlos aneinandergereiht. Also keine Sorge, ihr verpasst nichts, nur wundert euch eben nicht, dass es hier diese Spiele eventuell doppelt gibt, weil ihr sie doppelt gesehen habt. Vielen Dank, ich bin euer FunGamer, habt trotzdem Spaß. So, jetzt geht es aber hier gegen den FC Arsenal, Antwerp, die sicherlich auch keine leichten Gegner sind, denen man auch nicht viel Raum geben darf. Ja, schön. Wellbeck hat gewusst, da kommt er nicht mehr durch, zieht einmal aus der zweiten Reihe ab und immerhin schaut ein Eckball raus. Jakchi. Mannengro Oh, abone yang. Konnte nicht gestoppt werden. Martinelli! Aber jetzt gut, hier dazwischen gefahren. Sehr guter Einsatz. Oh, gut verlängert. Tau zum 1 zu 0. Etwas glücklich, aber das gehört hier dazu. Eingeleitet hat es der Rechtsverteidiger. Das war nix. 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 Vielen Dank. Ja, dürfte ein bisschen drüber gefahren sein. Oh. 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 gewaltig gut Gildberg hatte, dank und dank Keiner da Tau ist doch noch irgendwie zum Ball gekommen Ui 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 u wie man fast dacht Alter, jetzt nicht wegschießen können Koli, Koli Packer dein Gesicht Yes! Man gewinnt hier gegen Arsenal mit einem etwas glücklichen aber doch schön hinaus gespielten Tor. Weiß nicht ob wir es hier noch einmal in voller Länge sehen ausnahmsweise. Jetzt einmal eine Ecke. Ich möchte nur noch einmal die ganze Entstehung des Tors sieht. Nein, sieht man nicht dennoch schön gespielt hier. Ja, dieses Tor reicht hier für einen Sieg gegen Arsenal. Wie es weitergeht seht ihr in den nächsten Matches, also macht das bis dahin gut. Ich bin euer Fahrangehmer macht das. Wie gesagt, gut. Ciao und Baba!